Oh, beides erfahrene Ninjas und auch heute gibt es wieder für die schnellste Zeit in Runde Nummer 1 5000 Euro und das ist wirklich schnell, wie die hier loslegen. Das ist vor allem großes Kino, was die beiden hier abliefern. Zwei der ganz starken Ninjas. Guck dir das an. Ach du meine Güte, also wir starten mit Geschwindigkeit in diesem Abend, haben das die letzten Wochen natürlich auch schon erlebt. Oh, das könnte die Entscheidung sein. Das könnte die Entscheidung sein in diesem Duell. Jo, ist sie. Jo, das ist sie, denn dann musste Simon riskieren und was für eine Zeit. Was ist denn mit Dominik? 29,58. Es ist immer ein anderer Parcours von Folge zu Folge. Irre, er gewinnt das Duell, ist im nächsten Doppelparcours und hat richtig gute Karten. Auf die 5000 Euro für Bestzeit in Runde 1. Was für ein Start. Heute Abend. Leckomio. Pudding, wenn ihr richtig Schmalz, richtig Körner habt, dann gibt es hier weitere Folgen. Und ne, ganze Folgen hier, da weitere Videos. Euer ho enact. Auf.